Hallo Leute, Takeo hier. Frohen Wintertag, frohe Weihnachten. Heute Abend ist es schon wieder soweit. Und auch das Jahr 2015 neigt sich so langsam dem Ende hinzu. Ein sehr cooles Jahr für uns. Wir haben das erste Guild Wars 2 Adon bekommen nach drei Jahren. Und es hat sehr, sehr viele coole Features mit sich gebracht. Auch ein paar fragwürdige Designentscheidungen von ArenaNet. Aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass 2016 da schon noch einiges sich verbessern wird. ArenaNet ist ja jetzt auch gerade sehr fleißig, setzt sich hin und patcht die ein oder anderen Sachen wieder ein bisschen in die richtige Richtung. Und wie gesagt, das kriegen sie schon hin. Und ich möchte dieses Video eigentlich per se hernehmen, um nochmal vielen, vielen Dank zu sagen. Ich bin sehr froh, dass das 2500 Abonnenten Special so gut angekommen ist. Diese Random Facts über mich. Und dass wir jetzt auch schon die 3000er Marke geknackt haben. Also vielen, vielen Dank. Also auch wie ihr sehen könnt, für mich war das ja sehr, sehr produktiv. Und wir werden dann wahrscheinlich 2016 auch gut durchstarten. Ich möchte jedoch auch nochmal sagen, dass jetzt auch für mich eine sehr, sehr stressige Phase wieder beginnt. Denn Semesterprüfungen stehen an und auch jetzt über die Feiertage Freunde und Familie nehmen sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Das wird euch wahrscheinlich genauso gehen. Und deswegen kann ich erst wieder richtig mit den Videos weitermachen, wenn es Ende Januar, Anfang Februar ist. Also da hoffe ich, seid ihr mir nicht böse und versteht das so ein bisschen. Aber es wird schon sonst ein sehr, sehr voller Terminkalender bei mir. Und deswegen muss ich das so ein bisschen nach hinten schieben und die Feiertage dann noch so gut ausklinken lassen. Aber das werdet ihr wahrscheinlich genauso machen. Von dem her, denke ich mal, seid ihr da sehr positiv gegenüber eingestellt. Hoffe ich doch zumindest. Ich habe es noch vor kurzem geschafft, Sabeta zu killen mit einer Raid-Gruppe. Und das heißt, das Video werde ich dann noch hochladen in ein paar Tagen. Aber das wird dann so das letzte für dieses Jahr gewesen sein. Und das ist so ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich. Das heißt, Geistertal ist gecleared. Der erste Flügel sozusagen vom Raid. Und dann können wir mal sehen, wie es dann 2016 weitergeht. Ich habe schon ein paar nette Gedanken für ein paar Videos, die ich machen könnte. Und ich hoffe einfach, ihr genießt jetzt auch noch die Feiertage mit Freunden und Familie. Und wir sehen uns dann alle frisch und ausgeruht im nächsten Jahr. Und ja, vielen Dank nochmal für alles. Ich kann es einfach nicht oft genug sagen hier in dem Sinne. Und ich hoffe, ihr rutscht gut ins nächste Jahr. Also, bis dann Leute. Macht's gut und frohes Fest. Ciao.